... noch etwas enger zu stehen. Auch das war sehr, sehr heftig. Kemme. Oder ganz allein! Und es ist das 1 zu 0! Elise Callenheit macht das Tor. Ich weiß nicht, ob Coppola den nicht noch hätte haben können. Aber da kam Kemme jetzt mal durch, fast bis zur Torauslinie. Selten genug war das der Fall, in der ersten Hälfte. Und Turbine Potsdam geht hier nicht unverdient in Führung. 50 Minuten gespielt. Da sehen wir es noch mal. Jetzt schauen wir mal auf die Torhüterin. Ja, da springt sie direkt weg vom Ball. Was für ein Debüt für die Australierin hier im Trikot von Turbine Potsdam.